hallo leute und willkommen zurück zu let's play season blade chronicles 2 und wir machen jetzt mal weiter mit der story otto ok wir müssen ich habe den letzten hat es nicht weiter gemacht weil ich dachte hier kommt eine sequenz und ich will nicht wieder in sequenzen schneiden ein bisschen aktualisiert ok verobachtungsgabe falsche taste klingen karaktere ok du hast keine beobachtungsgabe als fähigkeit du hast das sammle besitzer boni ok es muss doch aber eigentlich eine story klinger besitzen altes wissen dann muss es poppy haben ja ok jetzt chill bruder poppy hat das auch nicht ok sonst muss man hier sammle besitzer boni ha 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 Okay. Okay, man braucht das nicht, Alter. Wo kommt dieses Knarzt auf den letzten Paar? Hier knarzt es auch so ein bisschen. Warum? Wo kommt das her? Das ist ein inhärentes Feature des Stuhls. Ja, wir haben schon den letzten Paar drüber geredet, aber Bürostühle. Ah, thanks for the support! Spinning Cutter! Railing Smash! Hi, God. Watch me work! Axe Twist! Let's make use of it now. Fully charged! Ja, okay. Jetzt gehen wir nochmal in die. Tonoption, Zwischensequenzen, Musikspiel, Effektespiel, Stimmspiel. So. Ich will im Feid über die drüber quatschen können. Hier, Fußspüren. Bürostühle auch so ein Ding, was auf der Welt falsch läuft, aber es gibt so viele Dinge, die auf der Welt falsch laufen. Wenn ich die alle aufziehen würde, dann würden wir beim ganzen 8p nicht fertig werden. Vor allem, weil wir ständig von irgendwelchen Storysequenzen unterbrochen werden würden. Aber, ja, es ist, die Welt ist ziemlich kacke aktuell. Ja. Es gibt leider wirklich nicht so viele positive Dinge, über die man reden könnte. Ja. Ach, die neuen Logi-Tabletten wirken zum Beispiel so gut wie gar nicht. Die sollen stärker sein und besser als die vorherigen? Äh. Alles klar. Okay. Jetzt eskaliert das Ding aber mal richtig hart, oder? Oh, hello, Burschens! Ja. Naja, ich freue mich auf nächste Woche. Ähm. Ich denke, ich werde dann für zwei Wochen meine Playstation 5 anschließen unten. Äh, Wohnzimmer. Da haben wir aktuell noch einen krasseren TV als ich hier oben. Ich habe immer noch keinen neuen OLED-TV. Ich habe jetzt auch gelesen, dass der, den ich haben will, scheinbar kein HDR. Also kein 4K 120Hz HDR hinkriegt. Was nicht stimmen sollte. Ähm. Aber naja. Okay, das ist nur so ein Gespräch. Ach. Kein richtiges. Ja. Das ist, das ist zum Beispiel super leise jetzt dieses. Soundmixing in dem Spiel so 3 von 10 würde ich sagen sehr schwer zu regulieren besonders für LPs das ist er das ist er wir sie entdeckten damit er nicht zu gehen das ist ach, ihr lot Ich arbeite für ein Leben. Ich arbeite für ein Leben. Jetzt abteilt den Schratzen eine Lektion und verprügelt sie, also Ellie. Ist es die Musik, die so laut ist im Vergleich? Vielleicht ist es so, ach, wurscht. Also ehrlich, solche dumme Scheiße. Look, keeping your traps shut won't help anyone. My lady, be a little more gentle. Why? They're only petty thieves. Be that as it may, they are still children. Look, I'm sure there's a reason you're doing all this. Are you just that hard up? What do you take us for? We're not some poor beggars. Okay. So it's not money you're after. Then what the hell is it they want? You should just tell everything. Rex Rex not hurt you. Come on. We want revenge. Revenge? We're gonna avenge our village. You don't mean you were planning to awaken this blade and use it. Why don't you tell us the whole story? We might be able to help. Bandits attacked your village? It was just a small, peaceful village. But the bad men... Just because we had water, they... Did anyone survive? Did anyone survive? Don't tell me. You're the only ones? What's your name? Me? Why do you want to know? Please, kid? It's Rhys. It's Rhys. From Cordell Village. Cordell Village. Can't say a word of it. It's just a tiny village on the outskirts of Gormot. Not many people know it. Okay, Rhys. I get why you did this. But still, it's not right to steal from people. Besides which, awakening a blade is dangerous. Do you know what happens if it fails? You never know until you try. Long as one of us manages it, that's all that matters. Sounds like you really were desperate, my boy. I assume you know the whereabouts of these bandits? There's a big cave over on Twin Trunks Hill. They use it as a hideout. Oh, Rhys, it's awful. Those scum are gonna... Who are they? Don't worry about them. What's the matter? Right, okay. The bandits are planning to attack Toregoth. Are you sure? Yeah, we overheard one of their men talking about it in the city just now. And it was definitely one of them. It looked like they were scouting the place out. They were saying with the consul gone, now's the perfect chance to take advantage. A shrewd observation. This would indeed be the perfect time to mount an attack. Are you trying to tell me that idiot consul was actually good for something? So, this is all our fault? We'll avenge your village. We'll avenge your village. But... Don't worry. Don't worry. Ich bin der Fall, der Name ist Rex. Reese, fahre die anderen und fahre die Stadt. Fahre sie über die Bandits? Nein, sie wahrscheinlich nicht glauben, wenn du die Bandits gekommen bist. Also erzähl sie über uns. Tell them the guys who destroyed the Water Tower are hiding out at Twin Trunks Hill. If you say so, but why? Don't worry, you'll see. We're counting on you, okay? Okay. Okay. Es ploppen ganz viel da. Ja. Cool. Könnte ich mit Rock jetzt... ...räsonieren? Ich glaube, ich könnte es... ...in der Theorie... ...an meiner Praxis wird es nicht gemacht. Ja, wir kriegen... ...ja, Pflanzen ohne Ende mit dreimal Pflanzenkunde im Team, ey. Ei, die hat auch Dunkelelement? Die von Nia? Die zweite? Hm. Ich meine, ich glaube, okay. Ach, knatze, 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 knatze! Es hat echt nicht lange gehalten, dass der Stuhl nicht geknarzt hat, ey. Ich liebe es. Das Ding ist für, keine Ahnung, 210 Kilogramm ausgelegt, glaube ich, oder so. Oder 240 oder sowas. Auf jeden Fall für wesentlich mehr Gewicht als mich. Ich quietsche trotzdem jetzt schon. Junge, das... Ganz ehrlich, wenn es jetzt schon quietscht, wie sollte es denn jemals 50 Kilogramm mehr aushalten als mein Gewicht? Das könnte doch nie im Leben von dem Flicht funktionieren. Der dürfte halt nicht mal bei dem Gewicht quietschen. Wenn der bei meinen 125 Kilo quietscht. Ich darf mich über sowas nicht aufregen, aber es ist einfach... Das sind auch nur meine Stühle. Also es muss halt einfach am Gewicht liegen. So. Like... Es ist ja kein Zuversehen, dass alle meine Stühle quietschen. Oh, fuck me, Alter. 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 Das ist einfach eine Scheiß-Schlucht runtergefallen. Nicht mal über die Klippe gestürzt, ey. Warum laufe ich eigentlich lang? Wir können doch schnell reisen. Ich freue mich schon darauf, wenn wir den ersten Teil vollständig im LP spielen. Obwohl ich da eigentlich tatsächlich noch auf einen... Keine Ahnung, 4K-Update warte oder sowas. Oder ein vollständiges Remake. Nicht nur ein Remaster, sondern wirklich... Und ich... Nein, wir haben die Oberhandel verloren. Hm. Aha. You will never catch me! I have mastered the arts of three dimensions! Ha! Ha! Boah, fällst du? Ha, ich wusste es. Ja, wir brauchen ein bisschen Hilfe von Rock. Van Damme, ich hoffe, dass es gut ist. Rex? Ja, ich wusste es. Mein Name ist Rock. Apologies, Force of Habit. Boom, ja, diese Klinge setzen wir als Partner ein. Tschüss, Gorg. Der jetzt legit besser ist als Asami, aber... Well... Ich verliere ordentlich K.P., egal. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. Ja, ich bin froh. 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 Ja, ich bin froh. Wortwitze. You mean Van Damme? Yes, this Van Damme. What kind of a man was he? He was incredibly strong. He looked kinda scary, but he was kind, too. And he saved my life. It's thanks to Van Damme that we're all standing here now. I see. Then I think I'd better protect you all, too. Huh? To carry on my driver's will as best I can. That's the path I feel best be fits a blade. Oh, Rock. I'll see you soon. I'll see you soon. Erhöht Stärke. Um 50. Guck mal, das lohnt sich doch. Bei ihr, ein Eisensplitter. Mit Tischspieter erhöhte Blockrate bringt bei ihr 2% geringere Blockrate, auch schon für 52% mehr Wut. Ah doch, kommt die 2% Blockrate weniger nehmen wir mit. Jetzt hab ich auch nicht den letzten, vorletzten Part gesagt. Nee, nee, bloß nicht. Aber. Jetzt. Rock. Harmonieringe. Genau. Wurden resettet. Techniken. Zwillingssensen. Vortexwirbel. Zusatzschaden gegen Luftwesen. Flücke. Starker. Starker Angriff. Sensen. Sturm verbraucht. 10% Kapi. Aber das wird der Technik Angriffen ausweichen. Ah, okay. Zyklon, Finger, Vortexwirbel. Ja, ich denke, damit lässt es sich arbeiten. Ausrüstung. Wir haben noch nichts krasseres gefunden, denke ich mal. Ja. Passt auch jetzt schon wieder fast vorbei. Das Endertrupp ist zurückgekehrt. Wow. Zack. Es gibt Gold und EP, deswegen... Jaja, und wir skillen die ganz nebenbei. Zufällig noch. Ja, oh mein Gott. Das wird für jeden angezeigt jetzt, oder was? Gormot. Argentum. Uriah. Den haben wir schon mal abgeschlossen gehabt. Fahrtverladung. Wasserqualitätsprüfung. Zack, zack. Zack. Okay, wir haben nicht genügend Wasser-Tripes dabei. Dann, äh... Fliegt Boreas mal raus. Und... Dorva kommt mit. Ja. Entstanden. Ja. Ja. Yes. Bye-bye. Genau, wir haben erst Säule in der Stufe 1. Man kann, glaube ich, zwei Säule in der Truppe parallel loslegen, wenn man Stufe 2 hat und so weiter und so fort. So. So. Ich würde an der Stelle jetzt sagen, das war's jetzt mal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da hast du eine Bewertung da. Möge. Die macht mit euch sein. Und... Tschüss.